Herzlich Willkommen zu einem neuen Videotestbericht der Haus- und Gartentest. Heute stellen wir Ihnen den IMAS Smart A3S Staubsaugerroboter vor. Er begrüßt Sie in deutscher Sprache und lässt sich außer dem Gerät selbst auch bequem per Fernbedienung oder vom Smartphone aus steuern. Seine Sensoren lassen ihn zuverlässig an Treppenstufen stoppen und beim Befahren der Räume erstellt er sich mit Gyrosensor und Kamera eine Karte, anhand derer er sich orientieren kann. So wird jeder Raum erreicht und es erfolgen keine erneuten Reinigungen bereits gesäuberter Bereiche. Die mitgelieferte Ladestation wird bei Bedarf automatisch angefahren und sorgt damit für stets volle Akkus. Das große Staubfach lässt sich kinderleicht entnehmen und das Ausleeren gelingt, ohne mit dem Staub in Kontakt zu kommen. Dies dürfte nicht nur Allergiker begeistern. Durch Austausch des Staubfachs gegen die beiliegende Wischeinheit wird aus dem Staubsaugerroboter ein Wischroboter mit integriertem Wassertank. Zum Lieferumfang gehören der intelligente Staubsaugerroboter ein geräumiger Staubbehälter eine Wischereinheit mit integriertem Wassertank eine Ladestation mit Netzteil eine handliche Fernbedienung eine praktische Reinigungsbürste zwei Ersatzstaubbürsten sowie eine Bedienungsanleitung Fazit Der IMES A3S kann beim Aufnehmen von Staub, Haaren und feinem Schmutz voll überzeugen. Der leicht entnehmbare Staubbehälter, die Bürste und der Staubfilter sind leicht zu reinigen. Die intelligente Saugfunktion und die Wischfunktion mit dem Mikrofasertuch machen ihn zu einem Allrounder beim smarten Saubermachen. Unser Testurteil? Endnote 1,4 Sehr gut! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ihre Haus- und Gartentest 2,4 1,4 1,8 1,4 2,5 3,5